Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Und zwar geht es heute darum, dass Horizon sich langsam dem Ende nähert. Und ich hab mir gedacht, nach Horizon werde ich ein paar Survival-Spiele spielen und unter anderem auch ein paar längere Let's Plays dazwischen mischen. Und das Ganze wird so ablaufen, dass ihr voten könnt, was wir spielen. Ihr könnt euch das so vorstellen. Am Anfang frage ich in Discord, was möchtet ihr sehen? Ihr schreibt mir gerne alles da rein und das, worauf ich Bock habe, das wird dann im Voting landen. Das heißt, ihr werdet wählen, was wir als nächstes spielen. Wir haben fünf Spiele wieder zur Auswahl, oder was heißt wieder zur Auswahl? Zum ersten Mal zur Auswahl. Und das ist einmal Oblivion, das ist Terraria, das ist The Forest, das ist Raft und Subnautica. Einen davon könnt ihr jetzt hier oben wählen und folgendermaßen läuft das ab. Nehmen wir an, ihr wählt Oblivion, weil ihr mein Skyrim Let's Play toll fandet. Dann dachtet ihr, Oblivion, mach ich, alter, geil. Dann wählt ihr einfach Oblivion, dann spielen wir das 50 Folgen lang, dann ist Staffelende. Dann frage ich wieder in Discord, was möchtet ihr sehen? Und dann werde ich da meine fünf Spiele rauspicken, die ich gerne spielen möchte und werde sie dann wieder zum Vote anbieten. So, es würde aber nicht so sein, dass ein Spiel zweimal hintereinander kommen kann. Das heißt, ist Oblivion beim ersten Mal gewählt worden, wird es beim zweiten Mal nicht im Voting sein. Wenn ihr beim dritten Mal Oblivion wieder sehen wollt, wird es beim dritten Mal wieder im Voting sein. So wird alles ein bisschen Abwechslung auf dem Channel geben. Ihr könnt euch entscheiden, was ihr gerne sehen möchtet. Und ich picke mir die Sachen raus, die ich gerne davon spielen möchte. Ich finde, das ist ein guter... Oh, Handi, Rechti. Ich hab Rechti verletzt, es tut mir leid, Rechti. Alles wird gut, alles wird gut. Papa ist da. Ach, das tat wirklich weh. Scheiß Kante. Äh, ja, jetzt hab ich vergessen, worüber ich gesprochen habe. Jedenfalls, ihr könnt euch entscheiden, welche Spiel wir als nächstes spielen. Ich kann leider nur fünf zur Auswahl geben, weil YouTube nur fünf Voting-Punkte hat. Aber ich denke mal, das wird reichen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn ihr noch Fragen habt, packt's in die Kommentare. Und wenn ihr beim nächsten Mal, also nachdem das Projekt quasi 50 Folgen hat oder was weiß ich, nehmen wir zum Beispiel Raft an. Raft ist nicht wirklich sehr lang, hat nicht viel Content. Da wird es natürlich weniger Folgen pro Staffel geben. Unter anderem werde ich dann auch in dieses Voting dann The Escapists reinpacken. Also hätte jetzt gerade jemand im Discord The Escapists gesagt, wäre das mit drin gewesen. Hat aber niemand erwähnt und deswegen vielleicht beim nächsten Mal. Also ihr habt hier die freie Wahl, was möchtet ihr bei mir sehen? Und wenn ihr das nächste Mal entscheiden wollt, was ihr bei mir sehen möchtet, dann kommt doch auch einfach auf meinen Discord-Channel. Ich bin da sowieso recht aktiv, also wenn ihr mal mit mir quatschen wollt, äh, ich bin da ab und zu mal im Voice-Chat. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Projekt und bei meinen anderen verschiedenen Tätigkeiten hier auf YouTube. Äh, haut rein, euer Zero. Tschüss.